Willkommen zurück, wieder eine Runde Battlefield 3, diesmal Eroberung im Sturmangriff auf die Sharky-Halbinsel. Und wir sind jetzt... Oh Gott, ich probier mal. Das erste Mal, dass ich jetzt hier in Battlefield ein Heli fliege. Also ich hab das wirklich noch nie gemacht. Ich versuch das jetzt einfach mal. Einfach mal irgendwo drauf schießen. Oh, schnell nach oben. Ich schieße jetzt einfach mal, weil ich ja jetzt hier keine wirklichen Gegner sehe. Einfach mal auf die Plätze hier. Vielleicht ist da ja irgendwo einer. Aber ich glaub, wir sind auch der Einzelste Heli hier. Es sei denn, die Gegner haben noch einen. Aber ich mein, die Gegner haben eigentlich auch einen. Aber ich muss erst mal mit dem Ding hier klarkommen. Ist nur die Frage, wie lang ich mit dem Teil hier überlebe. Denn so einfach ist das Ding auch nicht. Aber ich muss nur irgendwie mal ein paar Gegner finden. Ja, da bin ich leider zu tief gegloben. Ja, vielleicht haben wir das Glück, dass wir den da nochmal erwischen. Einsatzziel gesichert. Over. Na, ich glaub nicht. Egal. Dann treten wir dem Ganzen mal bei. Achtung! In eurem Einsatzgebiet war ein Angekehrschaffung gesichtet. Aber wir sind jetzt hier die Gegner nicht da. Da müssen wir lang. Also wir müssen jetzt die Flaggen einnehmen. Und die natürlich dann so lange wie nur möglich halten, dass die dann halt ihre Punkte abgezogen kriegen. Und der, der folglich natürlich die wenigsten Punkte am Ende hat, oder auf Null kommt, der hat dann natürlich verloren. Oh, da ist schon ein Panzer. Da haben wir ein bisschen schlechte Karten. Ah, da kann man nicht laufen. Ich hoffe, der Panzer erwischt uns jetzt nicht. Ah, da ist schon unser Panzer. Okay, der ist schon kaputt. Dann laufen wir da jetzt mal ganz schnell hin. Ah, den hab ich leider nicht gesehen. Ich glaub, wir haben gar keine gute Waffe. Egal. Lassen wir die einfach mal. MG36. Boot können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Ähm, die beste Position... Gehen wir nochmal schnell nach B. Und das wird gerade eingenommen. B, 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 B. Da. Ei, 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 ei. Ich glaub, wir müssen doch nochmal die Waffen wechseln. Also die Map hier, die hab ich bis jetzt, glaub ich, ein- oder zweimal gespielt. Also, so gut wie null Erfahrung mit der Map. Oh, ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen soll. Ich glaub, ich nehm mal den Pionier. Weil ich hab, glaub ich, sowieso noch ne... Oh nein, das wollt ich gar nicht. Egal, bin ich halt da umboot. Äh, noch so ne Aufgabe, um ne Waffe freizuschalten. Und zwar muss ich Panzer reparieren. Und dafür krieg ich dann halt Punkte. Und jetzt müssen wir auch erstmal einen Panzer finden. So, A wird jetzt grad eingenommen. So, das haben wir jetzt. Gehen wir mal zu den Panzern hin. Ah, hier ist ja auch noch einer. Ah, das hab ich leider zu spät gesehen. So, mal kurz warten. Was haben wir denn hier unsere Panzer? Da ist er noch. Gehen wir da mal hin. Da ist er auch. Ah, hier ist er gar nichts. Aber ich glaub, der wurde schon beschossen. Im letzten Moment noch geholfen. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Oh, TV-Sender haben wir dann auch. Stell ich mich mal kurz drunter. Aber das bringt glaub ich gar nichts. Nö. Oh, Panzer. Oh, der war direkt vor meiner Nase und ich seh's nicht. Oh, den haben wir kampfunfähig gemacht. Schade. Zu spät die Waffe gewechselt wieder. Eigentlich müsste der Panzer... Ah, wollte ich schon kurz sagen. Gebot gehen. Hier oben ist auch noch einer. Feindlicher Sniperbeschuss in eurem Gebiet, over. Oh, verdammt. Wollte grad sagen, Glück gehabt, dass er uns doch nicht komplett getroffen hat. Ah, der fällt mit dem Bagger. Baggerfahrer. Ah, ja, 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 unser, unser, unser. Schnell, schnell. Moiner. So, dann verkacken wir mal wieder mit dem Heli. Wo kann ich machen? Das ist jetzt auch besser. Oh, war. Ah, das ist eure Freizeit. Es ist ein feindlicher Englschütze. Oh, war. Ein bisschen schief fliegen wir, aber es klappt schon. Volle Konzentration hier. Ah, schnell aussteigen. Ah Mist, den wollte ich gerade reparieren. Den hat es leider erwischt. Oh nein, Sniper. Ein Sniper. Oh, schon wieder. Schnell in Deckung. Oh, wo kommen die hierher? Wo war der denn? Auf irgendeinem Haus. Oh, da ganz oben. Toll. Gut, dann weiß ich ja schon mal, wen ich jetzt abschießen werde. Wenn ich den noch finde. CCC Hotel. Hoffentlich finde ich den noch. Mann, ich komme ja nicht raus. Oh, wo steht jetzt der Kran? Ach, der ist schon tot. Dann gehen wir jetzt auch mal auf den Kran. Mal gucken, ob wir das schaffen. Komm mal hier auf die Leiter. Ah, muss ja von der anderen Seite. Einmal hier. Und dann, ah, von hier. So, jetzt müssen wir den langen, langen Weg hier hoch. Achtung, wir haben einen feindlichen Sniper in eurem Gebiet gesichtet. Over. Gucken, ob wir das schaffen, bis ganz nach oben, ohne getötet zu werden. Achtung, wir haben das Einsatzziel erobert. Over. Oh, ist aber ein langer Weg. Achtung, in eurem Gebiet. So, erste Treppe haben wir. Und die zweite jetzt auch. Ach, da geht's noch weiter. Gehen wir mal bis ganz nach da. Hinten. Ah, Entdeckung. Vielleicht sehen wir hier, da. Die sind da überall. Von hier haben wir eigentlich die beste Möglichkeit, einen zu treffen. Wenn man dann auch mal trifft. Ah, der hat uns jetzt gesehen. Achtung, wir haben einen Panzerjäger in eurem Gebiet gesichtet. Rück mit äußerster Vorsicht weiter vor. Wiederhole, rück mit äußerster Vorsicht weiter vor. Over. Ähm, er würde ja nicht mehr viel bringen. Dann gehen wir jetzt einfach mal... Machen wir jetzt mal ohne... Ohne Visier. Steigen wir bei F1, F1, FF. Da. Was wird denn hier eingenommen? C wird eingenommen. 200. Ja, haben wir eigentlich schon gewonnen. Ich denke mal, ich werde dann noch eine Runde davon zocken, weil so viel habe ich da jetzt auch nicht von gesehen. Oder ihr. Und dass ich dann auch mal in diese Map hier reinkomme, weil die habe ich fast gar nicht gespielt. Ich kenne mich hier null aus. Und dann hoffentlich auch mit dem gleichen Team. Da war einer. Ah, fast. Den hätten wir noch geschafft, wenn ich richtig getroffen hätte. Ja, 2 zu 7. Die sehr, sehr gute Bilanz. Ja, das waren die Sharky, äh, Halbinsel. Und dann geht's gleich, oder beim nächsten Part dann weiter. Tschöööö. Ja, 2 zu 7. Ja, 3 zu 7. Vielen Dank.